Diese sogenannte Gegenwart ist schon eine relativ verwirrende Angelegenheit. Aufgrund eines nicht komplett nachvollziehbaren Ereignisses würde die gesamte Welt, wie wir sie kennen, verschwinden. Einer Zeitschleife? Einer Zeitschleife? Einer Zeitschleife? Ich weiß, was kommen wird. Und ich kann euch sagen, es wird nicht schön. Es wird scheiß heiß werden. Asche wird vom Himmel regnen. Die Menschen werden auf allen Viren kriechen. Ach, sind sie sich denn da sicher? Wir waren ihr. Als wir ihr waren, wart ihr ihr. Wir waren hier wir. Warum schon einmal hier? Zeit vergeht. Soviel ist sicher. Zeit lang, Trump-File Station. Zeit lang, Zeit lang, Trump-File Station. Zeit lang, Zeit lang. Zeit lang, Trump-File Station. Vielen Dank.